Green Arrow war ein Kämpfer für die Gerechtigkeit, doch wichtiger noch, er war mein Freund. Und nicht alle vergossenen Tränen werden, werden, nein, wisst ihr was, scheiß auf das hier. Oh, jetzt tut doch nicht so schockiert, ihr Heuchler, ihr wisst doch, wie das hier läuft. In ein paar Monaten erweckt ihn ein magisches Amulett wieder zum Leben, oder wir finden ihn aus einer anderen Dimension, und er ist genau wie der, den wir hatten. Wie viele von euch hier sind schon gestorben? Kommt schon, pratsch an die Höhe. Ganz genau, also bei allem Respekt vor Green Arrow oder dem, der als nächstes drauf geht. Aber ich hab sie satt, eure Gedenkfeiern oder die Flüge zur Heimatplaneten, um eure verschissene Asche zu verstreuen. Ich habe es satt! Ich habe es satt, eure Gedenkfeiern oder die Flüge zur Heimatplaneten, um eure Gedenkfeiern oder die Flüge zur Heimatplaneten. Ich habe es satt, eure Gedenkfeiern oder die Flüge zur Heimatplaneten, um eure Gedenkfeiern oder die Flüge zur Heimatplaneten.